Hattest du schon einmal die Grippe? Oder war es nur ein grippaler Infekt? Oder eine Magen-Darm-Grippe? Da gibt es nämlich Unterschiede, auch wenn die Begriffe sehr ähnlich klingen. Ob du tatsächlich an Grippe erkrankt warst und was du sonst noch über die Grippe wissen musst, zeige ich dir in diesem Video. Ich werde dabei auch auf Viruserkrankungen allgemein eingehen und dir den Vermehrungszyklus von Viren erklären. Grippe, grippaler Infekt, Magen-Darm-Grippe. Das klingt ähnlich und alle sind Infektionskrankheiten, aber du solltest die Begriffe nicht verwechseln. Bei einem grippalen Infekt handelt es sich in der Regel um eine Erkältung, die von verschiedenen Viren ausgelöst wird. Der Verlauf ist meist harmlos. Eine Magen-Darm-Grippe geht mit Durchfall und Erbrechen einher und wird von den verschiedensten Erregern ausgelöst. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com 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 www.sofatutor.com